Wildes Gerücht aus Spanien, Alonso soll Bayern-Trainer werden Bayer Leverkusen hat eine hervorragende Saisons gespielt und Trainer Xabi Alonso ist bei Europas Top-Clubs ständig im Gespräch. In Spanien kursieren derzeit einige verrückte Gerüchte. Ein Journalist behauptet, dass Alonso in der nächsten Saison Trainer des FC Bayern wird. Der spanische Journalist Jose Alvarez behauptet, dass Xabi Alonso in der kommenden Saison den FC Bayern leiten wird. Alvarez sagte dies in der Fußball-Sendung El Chiringuito. Es erscheint jedoch unvorstellbar, dass eine solche Entscheidung zu diesem Zeitpunkt bereits getroffen wurde. Unter Trainer Thomas Duchel sind die Bayern derzeit in einer guten Position. In der Bundesliga jagen sie Alonso aus Leverkusen und in der Champions League zieht der FCB Souverän ins Achtelfinale ein. Erst im DFB-Pokal erlitt er einen Rückschlag und musste den drittligisten Einspunkt-FC Saarbrücken verlassen. Aber reicht das, um über den neuen Trainer des FC Bayern in der nächsten Saison nachzudenken? Tatsache ist, dass Alonso in letzter Zeit immer wieder mit Stop-Vereinen in Verbindung gebracht wurde, insbesondere mit Real Madrid, dem FC Liverpool und dem FC Bayern, den drei Vereinen auf der Welt, bei denen er als Spieler Verträge unterschrieben hat. Hat Real Kontakt mit breiten Trainer Dezebi aufgenommen? Bei Madrid galt Alonso auch als Kandidat für die Nachfolge von Trainer Carlo Ancelotti, dessen Vertrag bei Real ausläuft. Berichten spanischer Medien zufolge soll sich Real jedoch mit Roberto Dezebi für einen anderen neuen Trainer entschieden haben. Spanischen Sportzeitungen zufolge sollen die Rolls bereits Kontakt zu dem erfolgreichen Premier League-Trainer aufgenommen haben, der breiten Hove Albion zu einem Spitzenteam verholfen hat. Dies könnte auch der Grund für die aktuellen Gerüchte um Alonso und die Bayern sein. Laut Motto müssen die Gespräche für Alonso bei seinem nächsten Verein fortgesetzt werden, da die Position bei Real besetzt werden könnte. Alonso's Vertrag bei Leverkusen läuft bis 2026. Es wurde auch berichtet, dass seine Vertragsverlängerung eine Ausstiegsklausel mit einem seiner ehemaligen Vereine, Real, Liverpool und Bayern, beinhalten könnte.